Liebe Bewohner der Haferlandstraße, es ist endlich soweit. Der Gemeinschaftsraum ist fertig und kann nun eröffnet werden. Ich bin ab sofort eure Ansprechpartnerin und wie der Gemeinschaftsraum geworden ist, das schauen wir uns jetzt mal an. Dieser schöne große Tisch bietet nicht nur die Möglichkeit, mit den Nachbarn Gesellschaftsspiele zu spielen, sondern man hat auch die Möglichkeit, entspannt Homeoffice oder Homeschooling zu machen, denn wir haben den Raum mit WLAN ausgestattet. Nach getaner Arbeit im Homeoffice kann man sich auch gerne in den gemütlichen Bereich sitzen und zum Beispiel ein Buch lesen. Man kann seine Bücher auch zum Tausch anbieten oder sich aus der Vielzahl der Bücher eins aussuchen und ausleihen. Dass ihr besser trefft als ich, das könnt ihr hier unter Beweis stellen. Aber schön aufpassen, nicht den Nachbarn treffen. Mit dieser Pinnwand könnt ihr suchen und finden und euch mit euren Nachbarn zu gemeinsamen Spieleabenden verabreden. Unser Spielsortiment bietet genügend Auswahlmöglichkeiten dafür. Am 21. Mai wird dieser Raum dann offiziell hier für euch eröffnet. Aufgrund der aktuellen Lage dürft ihr leider noch nicht alle gemeinschaftlich hier rein. Deshalb erwartet euch an diesem Tag eine kleine Überraschung vor der Haustür. Jetzt wünschen wir euch viel Spaß. Wenn ihr Fragen habt, dann wendet euch gerne an mich. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020